Hallo und herzlich willkommen zu deinem ersten Tag als Berufskraftfahrer bei der Alba Group in Berlin. Genau wie Kevin, der hier gerade in den Lkw steigt, kannst auch du bald in einem solchen Wagen deinen Arbeitstag verbringen. Aber bevor es ans Steuer geht, muss Kevin erstmal bei einem erfahrenen Kollegen mitfahren. Und los geht die Fahrt. Und da sind die beiden auch schon am Ziel angekommen. Hier auf diesem Hof stehen die verschiedenen Container, die Kevin und seine Kolleginnen und Kollegen ausliefern und natürlich auch wieder abholen. Transportiert werden damit Abfälle unter anderem aus Handel und Industrie. So ein Verladevorgang verlangt natürlich ein gutes Augenmaß. Und schon wird der Container aufgeladen. Als Kraftfahrer fährst du nicht nur von A nach B. Du musst die Container auch sicher auf- und abladen. Und das geschieht natürlich wie in diesem Fall mit technischen Hilfsmitteln. Die Bedienung der Technik hast du mithilfe der umfangreichen Einweisung und einiger Übung im Griff und kannst die Container so sicher auf- und abladen. Nebenan hast du sicher Kevins Kollegen gesehen. Der hat gerade einen Bauschuttcontainer abgeladen. Sicher ist dir aufgefallen, dass sich das Fahrzeug von Kevins Wagen unterscheidet. Als Berufskraftfahrer wirst du lernen, die verschiedensten Fahrzeugtypen zu lenken. Und jetzt genießen wir mal den Ausblick von oben. Hier siehst du, dass es manchmal ganz schön eng werden kann. Mit genug Ruhe und Erfahrung lassen sich die Wagen aber sicher und geschmeidig auch an engeren Stellen navigieren. Dann schauen wir doch mal, wo der Container jetzt landet. Und da sind wir auch schon. Kevin ist schon mal ausgestiegen, um den Lkw an der richtigen Stelle einzuwinken. Der Container ist später schließlich schwer zu bewegen. Deswegen ist es auch wichtig, ihn an der richtigen Stelle abzuladen. Und gemeinsam schaffen es die beiden natürlich, den Container auch genau an der dafür vorgesehenen Stelle abzustellen. Da der Container am hinteren Ende Rollen hat, lässt er sich gut abladen und zur Not auch in gekipptem Zustand noch navigieren. Für Kevin geht es jetzt erst mal alleine weiter. In dieser engen Einfahrt muss er einen weiteren Container aufladen. Geschafft! Auch der Container ist sicher aufgeladen. Jetzt muss sich Kevin die Frachtpapiere vom Kunden abzeichnen lassen. Ach, da kommt er ja schon. Natürlich hast du als Berufskraftfahrer auch Kontakt mit den Kunden. Ein freundlicher, serviceorientierter Umgang ist somit ebenfalls Teil deines Berufs. So wie bei Kevin hier. Der muss den Container hier jetzt nur noch zum Betriebshof bringen und dann endet auch dein erster Tag als Berufskraftfahrer bei der Alba Group.